Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight mit Bowie, Wrakas und Lunika und mir. Hallo. Hallo. Grüß euch. Hallo. Hallo. Ich hab wieder Beweise dich mit. Cool, oder? Nice. Nice. Mein Kopf ist irgendwie da. Ja, guck mal wie flüssig sich der Ball verfüllt. Oh, da ist ein, ein, der kam hier einfach und dann war er da. Ja. Wer ist das denn? Kannst du noch zwei Totems unterwegs machen? Eins hab ich schon gemacht. Das ist, äh, Storki. Ja, Mann. Guck mal, hier ist noch ein. Oh, Storki. Stell dir vor, wenn Wrakas hängt, sind zwei Gems durch, dass er so krank. Ja, das wär gut. Oh, dafür brauchen wir denn die richtigen Mails, ne? Ja. Ja, komm, wir haben uns noch mal was sicher in der Sache. Ja, er geht da vorbei. Ja, er geht da vorbei. Das sieht so wissig aus, wenn man so... Also er hat auf jeden Fall nicht Barbecue... Oh, hier ist ein leuchtendes Totem. Ich hänge. Wer ist der Suppe denn? Ich geh zum Hook. Ja, mach mal, weil... Captain Hook, Captain Hook. Hi. Grüße. Grüße. Nice. Nice. Hast du ein Totem? Mach mal. Ich mach eigentlich selten Totes, ne? Ich würde sagen, ich heil dich direkt. Ja, da ist auch ein Totem. Da kommt wieder. Hopp. Was ist denn hier? Nein, nein, nein! Vorsicht, ich verlegte. Ja, da ist noch... Ich laufe jetzt im Keller, ey. Nicht gut, ey. Kein altes Haus. Bull. Aber ein Jen ist so hellig. Ja, ich bin da. Na. Ja. Oh, das war drei, vier, oder? Ja, kommt immer weiter. Ich hab mich gesehen. Kommt jemand zu dir? Ja. Der ging vorbei, die Krawake. Also, okay. Tanami, gleich bück dich mal so häufig, wie viele Totems du schon gemacht hast. Eins. Gut. Also, haben wir drei. Ich sehe, wie Vrakasa mit Killer-Killer, die hinterherläufen. Wie ein Pillen, weißt du so? Scream. Oh nein, er hat sich gleich angeheult. Ich laufe in seine Richtung, Leute. Nehmen wir doch eine andere Richtung. Oh nein, ich bin in die Sackgasse am Haus gerannt. Ich bin in die Sackgasse am Haus gerannt. Wäre voll geil, wenn Tanami kein Totem gemacht hätte. Guck dich mal, wie viele Totems du gemacht hast. Tanami. Guck dich, wie viele Totems du gemacht hast. Tanami. Ich habe jemand gesehen. Ich versuch das einfach mal. Ich versuch das einfach mal. Tanami, ich überlasse es dir. Ich versuch den Jen hier zu Ende zu kriegen. Oh, danke. Aber ich glaube, er kommt wieder, oder? Ja, er kommt wieder. Lauft. Oh nein, er geht zu Vrakas. Ach man. Ich habe dich aber nicht gesehen, also schleif lieber. Und jetzt hat er deine Spuren entdeckt. Wer weiß, wo ich bin. Nein. Tu mir nix. Und jetzt. Jakob, bist du am Jan? Mhm. Ein Drittel habe ich schon. Boah, ist ja schnell. Ah, er hat auf dem Fenster gehüpft. Das ist so herrlich, wenn man vorm Fenster liegt. Ich bin tot. Warte. Nein! Wie ist der? Ich wollte den blocken. Ach, Pauli. Ich muss noch einen richtigen Hintern da haben. Geh ich schon mal zum Tor, für den Armin. Heiß so, dass es trifft. Ich habe nicht gepasst, wo die Tore sind. Wo sind denn die Tore schon wieder? Oh, da hat er komplett andere Seite, alles klar. Ja, okay, ich hänge hier ganz hin. Hier ist kein Haken, so wie es aussieht. Nein! Soll ich aufmachen? Mach ruhig auf. Nein, der schafft mich irgendwie zu überfreien. Ich habe halt Deathstrike, Deathstrike. Ich habe Glück mitgenommen, würdest du versuchen? Nee. Ich komm ja. Ich sehe ihn hier nicht. Oh nein, der Tarnami entdeckt. Ja, der Tarnami läuft draußen. Ja, der Tarnami ist am Zug. Klar. Ja, der Tarnami ist am Zug. 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 Und wenn wir das nicht alle, der Tarnami ist am Zug. Ich freue mich so sehr. Das ist heute ein Zug. Ja, der Tarnami ist am Zug. Tschüss.